weiter um den berg ok wenn du denn hier bist kannst du es von hier aus sogar schon sehen ok also der berg mit drei schafen das ist dein geheim projekt drei schafe nein umdrehen sehr gut 3 schaaf also es ist eine gute Idee hatte ich noch nie wo ist der Eingang ist es so versteckt hier drin der hat so viel mal ich gehe jetzt schon mal dahinten zu der großen steinwand wo ist der Eingang ich finde nicht der Berg da drei schafe und wo ist es und was ist das zu tun das ist das Projekt der großen Steinwand da werden geheime experimente gemacht schaut euch das an was wohl sich hinter dieser Mauer verbirgen mag ja ich habe keine Wutsamkeit ich klopfe mich jetzt mal hier durch kannst ja mal luschen so und hier entstehen denn die Hallen der Zwerge und hier kommt dann der Baum direkt in die Mitte und wird dann von einem kleinen Lichtblock beleuchtet hast du die acht Zäune mit ja Zäune ich habe warte tatsächlich habe ich sie mit super aber du weißt wie es geht genau so meine ich das da kommt in der Mitte den Setzling und dann wächst der gigantisch groß so jetzt laufe ich mal eben schnell hier hin ich gebe dir sogar schon hier ein bisschen Dünger ach so du hast Dünger mit ok ja ich habe mich sonst gerade auch Knochenmehl geholt ja ich mein Geschenk er setzen wir den Baum des Lebens hin genauer müssen wir noch auf Enrico warten und Prozent postiert die in den Danieln auch du weißt du die Post Schafe in den jetzigen Zeitalter diesen bisschen war sehr lang das ist nicht immer Zeit und dann wollen sie noch mehr verlangen Prozent weil es so anstrengend zu haben genau hier ist Prozent ganz viel drin Prozent hier ist meine die sehr schön da ist das Bett drin die Uhr ich glaube ich es sind liebend gern Uhr hat schon was hat sogar ein Sattel ist super Super ein Mann Furtier ja kann man hier so muss ich das mal von weiter oben die Bögen die gefallen mir so eine Idee mit diesen mit diesen einfachen Treppen sowas zu bauen das hätte ich ihn gehabt wenn ich jetzt ein Foto macht der Kupfer ist das für meine Kirche ab perfekt für die Kirche natürlich ein bisschen anders ne aber fast genau so aber es ist eigentlich relativ einfach so erstmal Foto machen ich kann dir mal kurz hier was zeigen ich habe hier gerade mal so ein paar Blöcke geholt sagen wir jetzt mal so gehen wir jetzt mal hier so zwei hoch dann musst du einfach nur schauen wir mal da hopp dann muss ich mal Foto so bam so dann zeige ich dir das mal so Tutorial Live Tutorial warte mal ich nehme mir mal ein bisschen Erde raus ich tue dir das dann wieder rein meine Superspitzhacke das war da drin so du hattest 42 Erde habe ich jetzt rausgenommen ich tu das dir gleich wieder rein fangen wir noch nicht an am besten so alles noch mal abreißen sicher das ist ja ganz einfach so äh so ich muss noch mal in Erde hin ich hab nämlich gerade keine Erde mit jo guck mal ja so muss ich nochmal hochbauen ha Spitzhacke so so da baue ich mir hier mal eine kleine Plattform hin weil es eh gleich Nacht wird warum gehst du denn so hoch? äh weil ich das ja beobachten möchte von hier oben aber du musst es ja von unten beobachten ist ja egal von oben bringt dir das nicht viel hab gedacht du äh baust jetzt das ich zoome ran so also du siehst ja das ist ja du musst sozusagen du musst dir vorstellen dass ich mach das jetzt mal hier mit der Erde mal hier 21 also das die Erde symbolisiert jetzt mal so die Säule die muss natürlich so bis nach oben gebaut werden mhm so und jetzt hast du hier immer so zwei Abstände ups da hab ich hier so und dann musst du einfach nur hier so Halbstufen nehmen und die immer so reinklemmen und wenn du jetzt hier noch so Steine hin machst hast du auch ein prima Bogen mhm will ich hier noch unten so hin hier so ne Treppe hab gedacht du baust jetzt so ne Säule live ne Säule live das kann ich auch gerne tun naja aber du hast ja gesagt du brauchst ne Idee für so Bögen für ne Kirche das ist richtig schön für ne Kirche das stimmt da hat man nämlich den Mittelblock frei das ist keine Halbstufe und da kann man da irgendeine Säule also wie so ein Stein Stein Zaun da da unten wir fördern wo dann der Kronleuchte dran hängt so stell dir mal das Bett auf so jetzt wird hier ne Live Säule gebaut seht in welchen Rekordzeiten das er er schafft das ist schneller als Usim Bolt musst du ja man kann halt schnell bauen wenn man möchte aber muss aufpassen wenn man weiß wie es geht ne sag ich da immer weil ähm du siehst ja diese einfache 3x3 Säule mit diesen Steinen Ziegeln das ist ziemlich einfach und wir machen jetzt wie so wie so QVC ne kaufen sie jetzt so so viel Material dass sie diese Säule bauen können das ist ganz einfach ihr seht 3x3 ist super schnell und letztlich auch super schnell bauen und du weißt gar nicht wie vollgemüllt mein Inventar gerade mit äh Blöcken für die Säulen sind also ich hab hier etliche Treppen etliche Blöcke drin also ich hab nur eine Spitzhacke um Fehler wegzubügeln ja und dat wars sehen sie diese geschmeidige Bewegung der Hand wie er die Blöcke an den Bruchsteinen platziert das ist phänomenal das ist einfach nur grandios in dieser Stunde wo hab ich denn deine Erde hingepackt ich hoffe mal die die 21 reichen ja natürlich reichen die müssen reichen guckt wo er ist fällt er runter nein er fällt nicht runter ein Phänomen in diesem Monat oh Gott ist so dunkel ja es wird dunkel er baut sich an zwei Blöcke nach unten dass er nicht so viel Fallschaden bekommt seht euch diese Taktik an einfach unglaublich und er schafft das Tor ach ne warte ne er schafft es sich hinzulegen ja dann lass uns mal eben kurz hinlegen bam mein Nachtquartier ich muss den auch nochmal ganz kurz weg aber dann kann er euch ja kurz ach ich kann nur Nachts schaffen ähm dann kannst du ja kurz noch deinen Zuschauern was erzählen während ich kurz weg bin wenn du aber möchtest äh in den Öfen äh oder in irgendwelchen Kisten müsste auch noch Steinen drin sein ja kannst du dich dann mal selber an so eine Säule versuchen den soll ich wohl brennen oder wie ja alles ist ja da aber dann kannst du dich halt mal versuchen selber an so eine Säule zu machen oh ja kann ich gerne tun learn by doing ich stell mich dann mal hier in die Ecke und beeil mich ich hoffe oder ich geh dann kurz mal vom Server damit äh nichts Schlimmes passiert falls es Nacht wird genau bauen wir uns mal wieder hier runter weiß gar nicht wo ich die Hauptsäule hingepackt hab hier ist die Hauptsäule da ich nicht weiß was hier ankommt äh werde ich wahrscheinlich mal mich an seiner Säule hier vergreifen ich werde mal diese da nehmen da diese wo ich mich jetzt auch hochbaue hier bäm und ja ich nehme jetzt ein bisschen Steine raus wir haben ja nur größer momentan aber das wird wahrscheinlich schon funktionieren ich bin ein anderer Mensch mit dem Vorwarten der Ahrer und meinst du achten sie meint aber sie wollen wir sprechen mal die Aufnahmen meine lieben Freunde.